Faktastisch! Dieses Mal 12 schräge Fakten über Frauen. Frauen verbringen fast ein ganzes Jahr damit, die richtige Outfit-Wahl zu treffen. Britische Forscher haben nämlich herausgefunden, dass die durchschnittliche Frau in ihrem Leben insgesamt 287 Tage vor dem Kleiderschrank steht und nicht weiß, was sie anziehen soll. Im Laufe ihres Lebens wird eine Frau insgesamt ganze vier Jahre mit ihrer Periode verbringen. Es wird geschätzt, dass etwa 40.000 US-amerikanische Frauen im Alter von 20 bis 30 Jahren an einer noch relativ unerforschten und seltenen Sperma-Allergie leiden. 68 Prozent der Frauen würden einen Seitensprung riskieren und ihrem Partner fremdgehen, wenn es keiner rausbekommen würde und man sie niemals erwischen könnte. Laut einer Studie riechen die Fürze von Frauen strenger als die von Männern. Na dann hätten wir das auch geklärt. In einer britischen Umfrage kam man zu dem Ergebnis, dass sich Frauen neunmal am Tag Gedanken über ihr äußeres Erscheinungsbild machen. Wenn es darum geht Muttermilch zu produzieren, spielen die Größe der Brüste keine Rolle. Es gilt, je öfter das Baby gestillt wird, desto mehr Muttermilch wird von der Mutter produziert. Nur zwei Prozent der Frauen bezeichnen sich selbst als schön. Die Frauen im alten Rom nutzten den Schweiß der Gladiatoren, um ihre Haut zu reinigen und zu pflegen und den Tarn zu verbessern. Weltweit verdienen Frauen insgesamt 18 Billionen US-Dollar, geben aber 28 Billionen US-Dollar aus. Das nenne ich mal Minusgeschäft. Frauen leben im Durchschnitt länger als Männer. Dies hat auch zum Teil damit zu tun, dass das Immunsystem der Frauen viel langsamer altert als das der Männer. Erst im Jahr 1915 war es für eine Frau ganz normal, sich die Achselhaare zu rasieren. Mit steigender Popularität des ärmellosen Kleids und einer Werbekampagne im Modemagazin Harper's Bazaar wurde die Achselhaarentfernung bei Frauen zur Normalität. Na Gott sei Dank! Das war's auch schon wieder. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut euch als nächstes 8 Dinge, die nach deinem Tod passieren an.